In einer Stadt, in der das Recht dem Wahnsinn weicht, kann nur ein ungewöhnlicher Held zurückschlagen. Wer bist du, verdammt nochmal? Dein schlimmster Albtraum. Und er nennt sich Defender. Defender? Defendor! Ich will Captain Industry. Wer hin? Ein fieses Superherrn. Na, dann kenn ich ihn bestimmt. Zeig ihn mir. Tja, die Art von Information liegt nicht auf der Straße. Gesetzesbrecher. Sympathiten. Sie glauben, Sie haben keinen Fehler gemacht. Also war es falsch? Es gibt bessere Wege, mit solchen Typen umzugehen. Schwierigkeiten verfolgen mich. Wo ist Captain Industry? Dieser Captain Industry existiert nicht. Limettensaft. Komm schon, bitte, Gott, nicht den Limettensaft. Na, ich schnapp mir Captain Industry. Arthur, die haben Waffen. Die können mir nichts anhaben. Wer schreibt deine Texte? Superman? Sie scheinen ein Mann von großer Integrität zu sein. Na, schön, ihr Termiten. Es ist Zeit, zerquetscht zu werden. Was ist das? Ein Glas. Und was kann das Ding so? Nicht sehr viel. Aber es enthält einen Schwarm aufgebrachter Wespen. will Wan made adapts. Wer schreift� mit Wege, mit demampf geht –